Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dem Scheißkerl lag echt viel an seiner Mann Und dann dachte ich, nein, 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 ich werde In die Treppe runterstoßen wie Richard Wittmark, die alte Schabracke in der Todeskuss Weißt du noch Tommy Udo? Den habe ich nicht gesehen Hast du auch mal dran gedacht, mich gehen zu lassen, so wie Claude Rains John Garfield den zum Verbrecher verurteilt? Oh Gott, ich hasse den Film Ja, also, dann weiß ich auch nicht Ich fand den echt gut So leid es mir tut, dir das zu sagen, Mix, aber für dein Leben wird es leider kein Happy End geben Ja, plötzlich taucht so ein Typ auf, der war so dicht, dass er kaum stehen konnte, okay? Und die wollen, dass ich da rausgehe Zum Glück bin ich echt gut im Improvisieren Hey, Sicherheitsdienst, Security, wer hat den hier reingelassen? Sehr witzig Max Barber Jimmy Moore Sag bitte, James Hey, ich hab dich schon als kleinen Jungen gekannt Das ist echt lang her, Max Ja, hat sich viel verändert Mhm Ja Können wir irgendwo unter vier Augen reden? Ja, na klar Kann ich ein Autogramm haben? Bitte? Äh, klar Du musst loslassen, Max Lass doch los Das ist mein Nachlass an die Welt, bitte Bitte? Nein Die Hauptrolle ist Frank Pierce Fink dich, Penner Hier, den Stift Frank, Frank Jetzt geh mir doch nicht auf den Sack Frank Frank Frank! Tja, für heute ist Drehschluss. Du lügst. Ich schwöre, ich lüge nicht. Ich meinte, naja, okay, ich lüge ein bisschen. Aber ich bin Produzent. Was erwartest du? Ich werde dir jeden Cent zurückzahlen. Du hast mein Wort. Du hast drei Tage. Danach werde ich dich erwürgen. Bitte, ich bin kein Idiot. Du warst nicht ganz ehrlich, was unseren Investor angeht. Ist ja gut. Wir stecken dauernd in der Patsche, aber wir kommen immer wieder raus. Jeder weiß es. Du brauchst Geld, Max. Komm doch einfach mal ans Set. Frank Pierce ist auch da. Entschuldigung, Mr. Pierce, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Frank Pierce war mit 5 Millionen Dollar versichert. Dieser Mistkerl dreht keine Sekunde vom Film und verdient 5 Millionen Dollar. Stell dir vor dir, Stubbendarsteller, und du kriegst nur einen lausigen Check von der Versicherung. Ich hab einen klar. Was für ein Plan denn? Wir tun einfach so, als ob wir einen richtigen Film drehen. Er macht sein Stunt selbst und wir versichern ihn für ein schönes Filmchen. Und Sie sind Duke Montana? Ja, das ist Duke Montana. Was tun Sie da, Duke Montana? Meine tägliche Runde russisches Roulette. Sie sind die perfekte Besetzung für meine Hauptrolle. Ich fühle eine Verbindung zu der Story. Die ist gut. Aber Duke, das ist dein Western, also richtig männlich. Willkommen im Team. Ben stirbt bei einem Stunt, er ist tot, und wir werden reich. Richtig reich. Achsel! Duke Montana, ich weiß, wenn er noch am Leben wäre, würde ich jetzt sagen... Wo ist das scheiß Pferd hin? Duke, mein Gott, du lebst! Du kennst den Kerl nicht, er hat ein neues Leben. Es kann doch nicht so schwer sein, jemanden umzubringen. Wir drehen eine abgefahrene Hängebrückenszene, die wird ein echter Killer. Ohne dich würde ich jetzt ganz bestimmt oben auf einer Wolke sitzen. Ich werde dich kriegen. Diese Leute würden für dich sterben. Pass auf, ich nehme dich beim Boot. Wir packen das! Sag mal, was für ein Mensch bist du eigentlich? Naja, ich bin Produzent. Wieso fehlt ein Erfolgsproduzent wie du so ne alte Schrottkarre? Naja, ich bin halt einfach kein großer Angeber. Oder bist du pleite? Nein.